Was sicher speziell ist an diesem Bild, ist, dass ich mehrere Geschichten oder Geschichten in einem Bild zu erzählen. Ich habe auch schon Wimmelbilder gestaltet oder Wimmelbücher. Bei den Büchern ist es einfacher, weil dort hat man mehrere Szenerie oder Seiten zur Verfügung, um Figuren zu lassen, Handlungen vollzuziehen. Ich denke, das ist sicher eine grosse Herausforderung, das in einem Bild darzustellen. Und was auch sehr speziell ist bei diesem Bild, ist, dass es mit dem Haus zusammen wächst. Es wird nicht auf einen Blick alles sichtbar sein. Es gibt die Chance, dass man Überraschungen einbauen kann oder die Geschichten über mehrere Monate hinweg lassen, aufzuleben. Es ist eine ganz spezielle Begebenheit, dass man so lange Zeit hat und die Leute es länger anschauen können. So kann man die Zeit lassen und dann kommt nach zwei Monaten wieder der nächste Teil, der ihm noch etwas mehr dazu erzählt.